Ich bin doch mal gespannt, ob noch irgendwas mit Itchy und Scratchy kommt. Helium Humor! Use Helium Tanks to gain Altitude. Okay. Er gibt auch jetzt endlich mal Sinn. Und wir haben mehr Energie. Ja, wundervoll. New Episodes. Look for the beams of the light. Okay. Ja, wundervoll. Perfekt. Können wir das zumindest schon mal holen? Wie komme ich mit der Marge dahin? Äh, was? Okay. Und wie komme ich da hin? Fallen lassen natürlich vom Dach. Okay. Moment. Nein! Wo war das? Ach so, das ist sehr okay. Ach komm. Kreisch mich nicht voll, Frau. So, okay. Äh. Ja! Dankeschön. Ey, wir haben schon mal ein Drittel von denen. Warum bist du zum... Warum bist du jetzt auf dem Dach? Okay. Und einmal Ihmchen hier. Ich meine, alles ist auf jeden Fall angenehmer als, äh, die scheiß Wespen bei Hit and Run. Die haben nur dann erschienen sind, wenn man einen Meter neben denen stand. Ach, guck mal. Ja, das ist ja schön. Das freut mich. Na gut, da kann ich mit ihr von vorne anfangen quasi. Fünf? Sieben. Immerhin. Okay, da hinten ist das UFO. Und da hinten ist das Licht. Ach, du Scheiße. Vom anderen Ende der Welt. Ah, ich hab das Gefühl, als, äh, würden jetzt hier nach und nach auch noch neue erscheinen. Weil der hier vorne zum Beispiel, der ist viel zu offensichtlich, als dass ich den eigentlich nicht hätte... ...nehmen sollen. Können. Whatever. Ah, okay. So, nehmen wir mal den hier. Und noch irgendwas, ne? Hör auf. Ich hab mir heute auch geile Chicken Nuggets gemacht. Schön mit süßerurer Soße von, von, wie heißt das? Devilay oder so. Hab ich jetzt endlich mal beim Kaufland gefunden, ey. Seit Jahren such ich die. Und die hatten die wirklich nicht mehr Sortiment. Die haben die jetzt vor kurzem erst aufgenommen. Und ich hoffe mal, die bleibt auch da. Weil ich mag die gerne. Sie schmeckt gut. Also das ist Helium-Humor. Kann ich das damit wahrscheinlich kriegen. Und hier brauch ich dann nochmal den, den Bart. Ach, guck mal. Und hier brauch ich nochmal... Ihmchen hier. So, okay. Hier war Marge gefragt, oder was? Ja, okay. Ja, ist natürlich das Doofe, dass ich jetzt nochmal komplett Malibu Stacy... Okay. Holen muss. Bitte folgt mir nicht, Lisa. Okay, sie bewegt sich. Sie fährt gleich runter. Ja. Ach, leck mich. Und so, ich hätte nämlich gern einmal den hier... Böngs. Wusch. Hm. Habe ich den nicht schon mal versucht zu holen, irgendwie? Ich habe so ein leichtes Teja-Vü gerade. Eieiei, okay. Also ich komme definitiv hoch genug. Aber nicht hoch genug. So, einmal ganz hoch. Hoia! Dankeschön! Himmel! War ja doch nicht so schwer, oder? Ah, okay. Moment. So, einmal hier rein. Nein! Danke. Okay, ich muss nochmal mit Marge hin. Ah, aber auch schon 11. Also das geht eigentlich relativ schnell. Aber ich weiß wieso spätestens, wenn ich so bei 71 bin oder so... Dann suche ich mich tot. Das weiß ich jetzt schon. Ah, und schon sind wir hier. Parking. Okay, Hummer und Bart. Mr. Bienenkopf. Wenn wir hier gerade... Ich habe dich nicht verstanden. Frau Kanzler, wenn wir jetzt gerade eine Telefonzelle haben, dann können wir eigentlich gerade mal kurz Marge rufen. Weil da auch noch ein bisschen was von ihr ist. Und, ähm... Da können wir nämlich noch ein bisschen hier mit ihr arbeiten. Was ja schon mal nicht schlecht ist. Ah, ja, komm. Aber ein Kapitel, also das nächste will ich auf jeden Fall noch anfangen. Ob ich es beenden werde, weiß ich nicht. Wenn es so ist wie das letzte. Beziehungsweise, wenn ich da so schlecht bin. Aber das Level haben wir jetzt so gesehen komplett erfüllt. Und Zeit-Challenge... Ich weiß nicht, ob ich darauf Bock habe, aber wenn dann hinterher ich 100% stehe, weil ich die Zeit-Challenges nicht gemacht habe... ...wür mich das nicht unbedingt zufrieden stimmen, wenn ihr versteht, was ich meine und worauf das hinauslaufen wird. Fuck, ich brauche hier auch nochmal die Lisa. Fün-fui-ui-ui. Wolle ich denn hier gerade was zum Bauen gesehen? Irgendwo hier war da was zum Bauen. So, ein bisschen was für den Humi. Ah, ich brauche eh Leute. Kommst du auch mit? Captain Ahab. Was ist das da oben? Okay, einmal Krusty-Scheiße. Was ist zum Teufel ist das? Ich kreis nicht so rum. Mensch. Ich habe nicht die geringste... Okay. Pff. Der war vorher auch noch nicht da, oder? 28, okay. Ah, alles klar, okay. Sind meine Kollegen noch da, oder? Was ist hier los? So, wir haben auch hier mal ein bisschen was mit Maggie. Ich schätze mal, die meisten Schächte werden so sein, wie genau der hier. Dass man hier einfach nur ein paar Extras findet. Also ein paar von sammelbaren Gegenständen. Alter, wo geht's denn hin? Ist gleich im Keller hier angekommen, oder was? Oh nein, eine Abzweigung. Okay, gehen wir erstmal rechts rum. Eine Sackgasse, schön. Oh, ich kann hier vielleicht irgendeinen Schalter drücken, was irgendwas im Level ändert. Oder auch nicht. Oh, jetzt hätte ich so gern wie bei der... Bei The Darkness einfach nur einen Knopf, dass ich den wie so einen... Oh mein Gott. Wie so einen Federzug quasi reinholen kann. Nein. Okay. Hm? Wie ruhig das hier ist, ne? Nicht ins Licht rennen! Boah, hier liegt so viel Scheiße rum, ne? Das ist nicht befriedigend. Ja, komm, dann gehen wir erstmal zum Licht. Werden wir da auf dem Weg was finden, so wie da oben gerade. Da hab ich auch irgendwas gesehen wieder. Aber ich glaub, das war eine Malibu Stacy-Scheiße. Vier. Vier. Ich hab ein. Kommst du einmal kurz mit, Kollege? So, okay. Ja, ihr kriegt das schon hin. Aber das find ich echt nicht schlecht, eigentlich. So, okay. Das habt ihr schön gebaut. Das heißt, da komm ich jetzt hoch. Höh. 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 Und ein Rabatt-Coupon. Oh mein Gott. Super. Hab ich hier da oben nicht gerade schon eingesammelt? Ich guck, ob hier noch irgendwas drin ist für uns. Ich glaub, da gibt's ja auch einen Lüftungsschacht hier drin, oder? In der Kirsche. Oh, ich bin komplett bescheuert. Ach, nee. Hier gab's aber... Da hinten, genau. Das Couponchen. Hey. 11 von 75. Boah. Es ist so viel Sammelscheiße. Echt, ey. Meine Herren. Jungs. Dankeschön. Allerdings mit ihm hab ich schon mal fast die Hälfte. Komm, we're we're in. Wir pümmeln noch ein bisschen rum. Raus hier. Kommt jetzt mit? Oder bleibt jetzt in der Kirche? Offensichtlich bleibt in der Kirche. Okay. Gut. Ähm. Dann würde ich gerne nochmal wissen, wie wir da hochkommen. Aber hier, das interessiert mich eigentlich auch, ne? Ach so, aber wobei. Wahrscheinlich. Was? Steep Slope Barrier. Versteh ich jetzt nicht. Wahrscheinlich, weil man hier nicht hochlaufen kann, oder wie, oder was. Nein, nicht sterben. Wach auf. Er wacht tatsächlich auf. Nein. Bleibst du wohl hier. Ich würde sagen, nimm deinen Mob. Okay, dann. Tötet es. Tötet es. Ich find das cool, dass er jetzt auch noch einfach so ein bisschen verflucht. Den hol ich mir noch. Irgendwie. Ich krieg den noch da oben. Aber Moment. Das funktioniert. Ja. Wusste ich's doch. Ha. Schweine. Sind wir hierhin jetzt mal kaputt langsam, oder? Okay. Zack. Ich geh gleich auf jeden Fall nochmal richtig aufs Dach. Aber schön. Das ist auf jeden Fall echt befriedigend, dass ich jetzt wirklich relativ viel sammle. Weil alles, was ich jetzt hab, das muss ich später nicht mehr sammeln. Kann mir aber keiner mehr nehmen. Es sei denn, meine Plästchen explodiert. Und das wäre so oder so nicht cool. Ähm. Ah, da. Okay, alles klar. Auch von ihr ist schon mal immerhin 13, ne? Gerade waren wir noch bei sieben. Aber wie gesagt, also richtig schwierig werden erst die Letzten. Ah, okay. Da komm ich doch nicht hoch. Schade. Ganz entspannt hier einmal langlatschen. Ui. Wie kommst du denn da? Sag mal. Nee, da komm ich nicht hoch. Huch. Entschuldigung, ich musste gerade mein Headset einmal. Dergewaltigen. Okay. Also offensichtlich. Da war die Tafel, ne? Oder nicht? Ich weiß es nicht. Wo war denn die Werbetafel, die ich jetzt zerstört hab? Ich glaube, das war doch da, ja. Jetzt hängt das Ding einfach in der Luft, oder was? Das ist wie dumm. Wird auch nicht mehr repariert, ne? Was kaputt ist, ist kaputt. Ach, den hab ich schon. Dann hab ich den also doch schon. Einen Rabattcoupon hab ich noch nicht. Alter! Sauber. Moment, wenn ich den jetzt in der Luft, Mann. Das find ich nicht so gut. Ach, ich brauch ja eh andere Charaktere. Wär mir grad ein. Also das reicht jetzt mal mit der Sammlage. Ähm, ich würd jetzt erstmal auf jeden Fall... Ja, halt die Fresse. Ein Kapitel mal sein. Ich seh noch irgendwo was auf die Schnelle, was ich einsammeln kann. Ich fand an der Zelle vorbeigelaut. Ja. Okay. Okay, das ist nur Malibus Daisy. Ich wollt schon sagen. Äh. Bart und Huma. Also ich sag mal, fertig machen werde ich das nächste Kapitel wohl nicht. Ähm. Aber was mich auf jeden Fall noch interessieren wird, ist... Wie viel Prozent haben wir heute geschafft? Und reinschnuppern ins nächste Kapitel werde ich auf jeden Fall. Ist aber momentan so ein Dreckswetter draußen. Das hat sich ja richtig abgekühlt, was ich eigentlich ziemlich cool finde. Aber es ist die ganze Zeit am schönen. Ja, wenn das so wäre, dass ich im Bett liegen bleiben könnte und mir einfach sagen würde... Wisst ihr was? Fickt euch alle. Ich zocke jetzt. Das wär schön, aber so unter normalen Umständen... Das macht die Leute auch traurig. Und dann macht halt Arbeit nicht so viel Spaß. Ich muss das nochmal neu aufbauen. Pff. Ist doch lächerlich. Aber, äh... Ich will trotzdem müssen, wie ich da oben ankomme. Und zwar wirklich lieben gerne. Das... Tut mir leid. Ich weiß, ich wollte ins nächste Kapitel gehen. Aber es lässt mir einfach keine Ruhe. Ach, leg mich doch. So, komm. Ja. Äh. 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 So. Flums. Flums. Nein. Okay. Fuck. Nein. Alles... Oh. Mann. Hui. 3, 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 3. Okay. Wahrscheinlich muss ich hier wirklich irgendwie hier in den Boden reinbrechen. Also einmal schön reinkotzen. Damit das funktioniert. Okay. Da oben könnte ich noch einen einsammeln. Das mach ich jetzt aber nicht. Das ist relativ offensichtlich. Am Ende wär ich eh nochmal die komplette Map. Einfach... Wie viele Lichter gibt es hier denn? Pst. Na, wenn ich mich so noch schneller fortbewegen kann, warum nicht, ne? So, okay. Einmal hier den hier machen. Nein! Aber ich komm da doch bestimmt irgendwie... ...lustig dran. Jawoll! Ah, jetzt bin ich hier, wo ich mit der Marge unterwegs war. Ich verstehe. Okay. Okay. So. Wo geh ich jetzt einfach mal lang? Ich weiß es nicht. Ich weiß wirklich nicht. So, mal Rabattmoped. Da oben ist was für Huma. Darf ich natürlich auch nicht vergessen. Ähm... Wo bist du jetzt? Wo ist Bart? Ich begreife gerade nicht mehr viel. Ist er jetzt einfach stehen geblieben, oder was? Oh, du fettes Stück. Hier ist auch nochmal Bart? Alter, Vater, ey. Ihr wollt mich doch verarschen. Ja. Ja. ね아. Vielen Dank.